Hi Freunde, willkommen retour, danke fürs Einschalten. Ich sag's euch, ich freue mich unfassbar darauf, dass es losgeht mit Nizza bald in die erste richtige volle Saison bei uns in der Liga. Das heißt, die erste Vorbereitung, wo wir jetzt wirklich gut an der Taktik feilen können, um dann einfach gut gerüstet zu sein für die Saison. Es wird natürlich für uns als Trainer auch ganz wichtig, denn der Vertrag läuft aus am Ende der Saison. Genau, das heißt, wir müssen schon schauen, dass wir uns behaupten, um eben entweder den Job behalten zu dürfen oder vielleicht einen anderen, ähnlich angesehenen Job zu finden. Deswegen wird es auf jeden Fall ein sehr richtungsweisendes Jahr für uns in dieser Karriere und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt einfach los. Wir werden die Spiele planen, wir werden an unserem Kader weiter basteln. Da habe ich mir auch einige Gedanken gemacht, sei es unsere letzte Session. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los mit dieser E-Mail hier. Und zwar kennt ihr den bestimmt oder einige von euch bestimmt. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Mitchell Becker und nicht Backer ist ein Niederländer, der eigentlich aus der Ajax-Jugend kommt und zur PSG gewechselt ist. Das könnte man ihn eben kennen und der ist anscheinend ablösefrei. Den habe ich jetzt im Moment mal zum Probetraining eingeladen. Und ja, wir haben den Kader jetzt schon ein bisschen durchgeplant. Wir haben viel gescoutet auch im letzten Part. Und ich habe zwei Personalien, mit denen ich eigentlich nicht so ganz glücklich bin. Einer der Personalien ist Peres. Der funktioniert, glaube ich, rechts außen schon ein bisschen besser. Das Problem ist, ich möchte keine zwei nach innen ziehenden Spieler am Flügel haben. Die andere Personalien, mit der ich nicht ganz so glücklich bin, nicht hundertprozentig, was die Stammelf angeht, ist Maulida. Meiner Meinung nach ist das ein sehr, sehr solider Backup. Aber wenn wir jetzt wirklich angreifen wollen und wenn wir nächstes Jahr vielleicht dann wieder international spielen wollen, dann glaube ich, da muss ein richtiger Kracher her. Und wir haben ja noch einiges am Budget. Wir haben 13, 14 Millionen im Transferbudget. Gehaltsbudget ist quasi nicht da, da müsste man verschieben. Aber es sind ja auch noch viele Angebote draußen. Das heißt, es werden wahrscheinlich einige Spieler unseren Klub verlassen. Atal zum Beispiel sehen wir hier, es sind einige Millionen. Lotomba, sehen wir sogar bei 20 Millionen Norwich. Das heißt, da kommt schon noch Geld rein. Hier 2,6 Millionen. Dann haben wir noch Sergi Guardiola, 1,8. Und vor allem auch einiges an Gehalt, glaube ich. Ja, 800.000. Das heißt, da kommt noch einiges an Geld rein. Und ich habe mir jetzt echt gedacht, bevor ich jetzt diesen Pedrinho hole, den wir vielleicht zu wenig kennen, dass wir uns noch nach einem richtigen Kracher umschauen. Ich habe mir nur gedacht, wir werden den Pedrinho einfach von der Scouting-Priorität her nach oben schieben. Damit der quasi als nächstes gescoutet wird. Damit wir möglichst viel noch wissen, bis die Entscheidung kommt, ob der zu uns kommt oder nicht. Aber wie gesagt, ich hätte irgendwie Lust, da einen richtigen Kracher zu holen. Und was die 10 angeht, bin ich auch durchaus bereit, Mkhitaryan die Chance zu geben, weil er vor allem auch technisch und mental richtig gut ist. Das Problem ist halt, ich glaube, dass der halt eher Probleme haben wird, 90 Minuten durchzuhalten. Und wenn der 15 Spiele in der Saison macht, dann verlängert sich der Vertrag auch noch. Also das ist halt ein toller Deal, den unser Vorgänger da eingefillt hat. Aber wie gesagt, ich bin bereit, dem durchaus immer wieder mal Chancen zu geben. Und dann werden wir sehen, wie sie es entwickelt. Bamba haben wir ja auch noch verpflichtet. Den finde ich eigentlich sogar stärker als Maolida. Zumindest von den Ansätzen her finde ich, ist er stärker. Den dürfen wir auch nicht vergessen für rechts außen. Ich würde sagen, wir werden hier jetzt mal aufstellen, so wie wir es im Moment haben, damit alle Positionen doppelt besetzt sind. Also Nsoki wird Innenverteidiger sein mit Daniliuk. Dann haben wir den Jader Silver links hinten. Jetzt fehlt uns natürlich noch ein Rechtsverteidiger, weil Lothomba uns ja verlassen wird. Den streichen wir gleich mal von der Bank. Getson Fernandes passt natürlich als gesetzter Rechtsverteidiger sehr gut. Aber da werden wir noch wen holen als Backup. Dann haben wir für das zentrale Mittelfeld Iaramendi. So, die Position lasse ich frei für den Rechtsverteidiger. Iaramendi, dann brauchen wir einen zweiten zentralen Mittelfeldspieler. Den haben wir hier, Budawi. Das heißt, da kann ich mit beiden Backups sehr, sehr gut leben, muss ich sagen. Wenn Okai noch gehen sollte, dann werden wir da auch noch einen richtig guten holen. Schauen wir mal. Bin ich auch nicht abgeneigt. Und dann, wie lange hat Okai noch Vertrag? Zwei Jahre, weil ich habe gerade gesehen, dass der Option auch noch hat. Dann könnte man seinen Preis hochtreiben, indem man die Option zieht. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal. Cabral ist ein gutes Talent, das aber verliehen wird an, ja, wissen wir noch nicht. Das heißt, aber zentrales Mittelfeld ist schon ganz gut aufgestellt. Dann haben wir eben auf der 10 den Mkhitaryan. Den haben wir hier, das passt. Für den Flügel haben wir dann Bamba. Und, ja, wen noch? Haben wir nur einen Flügelspieler auf der Bank? Und Bamba ist einer, der eigentlich auch Stürmer spielen könnte? Scheint tatsächlich so. Das heißt, eventuell werden wir noch einen Flügelersatz brauchen, außer, wir schieben Peres raus. Oder wir planen sowieso Luik Vidal als Flügelspieler ein. Da haben wir ja gesagt, dass wir den wahrscheinlich nicht verleihen werden, sondern eher bei uns behalten werden. Dann machen wir das so. Planen wir mit dem Jungen. Gesandt habe ich auf der Transferliste. Das heißt, ich tausche jetzt mal gegen Vidal. Und dann haben wir den Alexandre auch noch. Nächstes Top-Talent, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wo wir den nicht verleihen sollten. Aber ich glaube, der kann halt einiges lernen von einem Mkhitaryan. Professionell schießplatziert. Sieht von beiden Flügeln nach innen. Klingt eigentlich alles ganz gut. Ich glaube, dass ich dem jetzt eine Mentoring-Gruppe gebe. Ich habe mir jetzt nämlich gedacht, dass ich das Mentoring in Zukunft selbst in die Hand nehme. Das heißt, ich werde jetzt nicht alle quer durch irgendwelchen Gruppen zuweisen, aber gerade bei solchen Spielern könnte es Sinn machen. Auch Iara Mendy. Iara Mendy eventuell als Mentor für Monshu. Könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Wobei Monshu schon fast stärker ist. Aber zumindest bei denen in der Offensive können wir es mal machen, weil das wirklich so junge Top-Talente sind. Atal wird gehen. Gesandt wird gehen. Lutomba wird gehen. Cabral wird auf Laibasis gehen. Dann haben wir den Avramovic. Genau, der ist auch neu gekommen im Sommer. Finde ich auch ein ganz spannendes Talent. Das war auch schon einer, der vor unserer Übernahme hier unterschrieben hatte. Giliotti, ganz nettes Torwart-Talent, aber weit von der ersten Mannschaft entfernt. Ja, so sieht es im Moment aus. Wie schaut es mit Torhütern aus? Sirigu, professionell, Zielstrebigkeit 16. Das ist so ein Muster-Profi. Benitez, Zielstrebigkeit 15, konsequent. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Training. Wenn ihr Ideen habt für andere Mentoring-Gruppen, dann gebt mir bitte Bescheid. Aber ich würde jetzt mal eine, ach so, genau das wollte ich eigentlich nicht, Gruppe hinzufügen. Wir nennen die jetzt mal Torwart. Ups, und dann fügen wir die Spieler hinzu. Und zwar haben wir den, tun wir die zwei Jungen da dazu. Und nehmen wir den Sirigu, weil ich finde, das passt richtig gut. Gut, dann nehmen wir noch eine Gruppe, die nehmen wir Offensive. Da tun wir dazu den, wo haben wir ihn? Wo ist denn Mkhitaryan? Professionell, was hat der für eine Zielstrebigkeit? 13 ist jetzt aber nicht so überragend. Da wäre eigentlich jemand wie Rebic, glaube ich, geiler. Ja, Ante Rebic, 15. Relativ zielstrebig, reibt Gegner auf, finde ich eigentlich auch ganz nett. Ich würde sagen, da wird der Ante Rebic das übernehmen. Und zwar nehmen wir den Vidal dazu. Dann haben wir da auch noch ganz junge Spieler, da müssen wir noch schauen. Wir nehmen den, hallo, ach, so, nervig. Also, wie gesagt. Wenn ich es irgendwie hinkriege. Wir nehmen jetzt alles Rebic. Jedes Mal. Alexandre und Vidal. Passt. Persönlichkeit Söldner. Das gefällt mir natürlich nicht. Und dann ist die Frage, welche Top-Talente wir noch haben, die irgendwie einen Mentor brauchen würde. Avramovic ist auch Söldner als Verteidiger. Daniliuk ist schon 22. Hilft da noch ein, ich glaube schon, nehmen wir noch einen. Alter, ernsthaft, sind die Gruppen weg. Weil ich mich verklickt habe. So. Alter, jedes Mal will ich da raufklicken. Dieser Button ist so prominent da oben. Boah, das tut mir echt leid, Leute. So, ich klicke das jetzt ganz schnell durch. In der Hoffnung, dass ich es jetzt hinkriege. Torwart haben wir gesagt. Sirigu mit den zwei Jungen. Und dann haben wir... Boah, jetzt hätte ich schon fast wieder geklickt. Offensive. Ich sollte weniger trinken. Oder mehr. Vidal. Alexandre und Rebic. Passt. Gut. Dann lasse ich das jetzt mal so, weil bei der Defensive... Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so, dass wir da einen kompletten Führungsspieler hätten, der da konkret raussticht. Gut, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall Gedanken machen, wen wir hier noch für die Offensive nehmen könnten, für den Flügel. Ich schaue jetzt mal nochmal zuerst, wen wir da... Der Draxler wäre halt mega gut. Würde ich sehr, sehr spannend finden. Das Problem ist wahrscheinlich, dass der gar nicht zu uns wechseln will, oder? 20 Millionen würden die verlangen. Gehaltsvorstellungen. 4 Millionen im Jahr. Ist halt schon 29. Gene Po. Von Southampton. Durchaus spannender Name. Kann man mal scouten. Müssen wir dann wieder bei der Scouting Priorität schauen, dass wir die Spieler nach oben schieben, die wir da gerade jetzt scouten. Weil die natürlich wichtiger sind. Also wir müssen jetzt natürlich nicht schauen, dass wir da jetzt Spieler verpflichten, die auf der Transferliste stehen, aber im ersten Moment sollte das auf jeden Fall unsere Anlaufstelle sein. Petrinho, da sind wir eh schon dran. Den haben wir hier. Okay, nicht so wirklich spannend. Gut, dann gehen wir mal weg von der Transferliste. Welche Spieler sind denn noch vertragslos? Ah, da haben wir eh schon geschaut. Dann gehen wir jetzt mal auf Position. Offensives Mittelfeld rechts. So, da würden natürlich einige zu uns kommen. Mandeo Luffeyu. Cennepo haben wir schon. Ich würde schon gerne ein bisschen jüngere Spieler anschauen. Wer ist das? Wow. Wer ist da dran? Leverkusen und Sassuolo. Das ist halt auch wieder ein nach innen ziehender Spieler. Ich möchte rechts jemanden haben, der Rechtsfuß ist. Das heißt, wir gehen auf Rolle. Ist zumindest teilweise Flügelspieler. Er muss nicht perfekt können. Und wo kann ich einen starken Fuß einstellen? Da, starker Fuß. Rechts. Oder beide wäre halt auch cool. Aber suchen wir mal Rechtsfüße. Felipe Andersson. Spannender Brasilianer. Gut, aber das sind hohe Marktwerte. Wir sollten ein bisschen weiter runter gehen. Da haben wir den Kaminski. Der ist von Angers. Das heißt, er ist jetzt schon in der Liga unterwegs. Das heißt, da ist die Eingewöhnung vielleicht nicht so tragisch. Caicedo von Arsenal. Sehr spannend. Ist immerhin auf der Leihliste. Dann Markus Koko vom FC Nantes. Die körperlichen Werte sind schon mal gigantisch. Kann man sich auch anschauen. So, Anderlecht. Ein Nigerianer. Genau sowas suche ich. Kleinere Liga. 25 ist ein sehr gutes Alter. Hätte was. Steven Bergwijn. Wäre natürlich grandios. Das wäre jetzt glaube ich mein Favorit bisher. Wir sind schon mal gleich auf die Auswahlliste. Zumindest mal für die nächsten sechs Monate. Also einige spannende Namen. Berlindens da drin. Passt. Ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. mit Petrinho zusammen. Natürlich, weil der ist ein ganz, ganz spannender Spieler. Aber die müssen wir jetzt alle zuerst oder mit ihm gemeinsam schieben. Ich schiebe jetzt Petrinho wieder nach vor. Dass der als erstes gescoutet wird. Und dann schauen wir weiter. Ah ja, Saisonvorbereitung muss ich noch planen. Das darf ich nicht vergessen. Boah, so schlecht. Hätte ich mir nicht gedacht. Leistungsbeurteilung ist im Moment okay. Terminplan. Gut, also wir legen los mit einem Spiel. Oh, must say. Wird also unser erstes Spiel. Das heißt, ich möchte schauen, dass wir da vielleicht die Moral noch nach oben kriegen, indem wir hier dann eventuell noch gegen einen etwas schwächeren Gegner spielen. Und hier sind wir im Trainingslager. Das heißt, wir werden auch hier noch Trainingslager in der Elfenbeinküste. Ernsthaft? Okay, ist ja cool. Soll FC. Da spielen wir halt einfach jetzt gegen Clubs vor Ort. Das kostet uns jetzt alles was. Ja, egal. Hilft nichts. Und dann sind wir jetzt hier schon wieder zurück. Da können wir gegen Nancy Lorenz spielen zu Hause. Das holt das jetzt auf jeden Fall wieder mal rein, die Summe. Partnerverein. Oder irgendwas aus dem Ausland. Ähnliche Reputation. Dynamo Zagreb. Ich möchte eigentlich gegen nichts zu starkes spielen. Slowen Liberec. Machen wir so. So, dann haben wir also 1, 2, 3, 4, 5 Testspiele bis zum Saisonstart. Ich hoffe, dass das reichen wird. Ja. Wenn wir Peres tatsächlich auf der 10 haben und so sieht es jetzt im Moment aus, also wir drängen ihn aus dem Club und das könnte halt Unruhe bringen. Da müssen wir schauen, dass wir seine Stärken so gut es geht irgendwie zur Geltung bringen. Was kann der Typ? Also er hat extrem gute Weitschüsse. Das ist auf der 10 sehr gut. Er hat eine sehr gute Technik und gutes Dribbling. Er ist super beweglich. Das heißt, wir können speziell bei ihm sagen, dass er häufig dribbeln soll und auch häufig mal schießen. Das passt bei ihm ganz gut rein, meiner Meinung nach. Und er kriegt eben jetzt auch diese, dass er die Position verlassen soll, die Zwischenräume besetzen. Das heißt, er soll sich Plätze zwischen gegnerischen Innen- und Außenverteidigern suchen. Das ist gar nicht so verkehrt, weil das könnte Lücken machen für einen Rehbitch, der dann nach innen zieht. Das können wir uns anschauen. So. Einladungen wurden angenommen. Sehr schön. Ich wollte jetzt noch kurz die Standards-Donationen checken. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber interessanterweise ist es so. Gestern habe ich es wieder gesehen. Abgesehen davon, dass da immer noch der Stürmer eingeplant ist. Großen Spielerdecken. Großen Spielerdecken. Es ist so, dass ich jetzt immer wieder gesehen habe, dass es Clubs gibt, die keine Spieler mehr an den kurzen Pfosten stellen. Also gestern habe ich es wieder gesehen in der österreichischen Bundesliga. Und ich finde die Idee jetzt eigentlich nicht so verkehrt, dass man das eventuell so macht, dass wir tatsächlich einfach auf die Ich glaube, da lasse ich es mal so. Schauen wir mal, was sich besser behauptet. Dadurch hast du halt irgendwie mehr Spieler im Raum, um Gegenspieler decken zu können. Also so verkehrt wäre die Taktik an sich nicht, wenn wir das machen, dass wir hergehen und sagen, okay, wir geben die zwei Positionen auf. Ich weiß nicht, was ihr meint oder was eure Erfahrungen im FM sind, aber ich würde das jetzt echt mal probieren, dass wir mal keinen an die Pfosten stellen. Das sieht man jetzt immer wieder, achtet mal drauf, bei vielen Klubs, dass da jetzt eben keine Spieler mehr am Pfosten stehen. Neuer Trikotsponsor, 5-Jahres-Vertrag, 6 Millionen. Insgesamt 6 Millionen. Kommt mal wieder wenig vor. So, was ist da jetzt los? Boah, jetzt habe ich mich kurz geschreckt. Natürlich Herbert Iltsanker, der österreichische sensationelle Torwarttrainer kommt zu uns. Die haben das Angebot von Monaco noch angenommen und überdenken die Angebote von Salzburg und Stuttgart. Das heißt, da wird sich vielleicht noch was tun. Toni Martínez, den er mal auf der Auswahlliste, ist jetzt hinfällig, weil wir da sehr gut, sehr gute Leute geholt haben. Ja, eigentlich will ich das Angebot für Atal nicht annehmen, aber dadurch, dass es auf der Transferliste ist, werden wir wahrscheinlich nicht viel höher, viel Höheres kriegen, also probieren wir es. Da finde ich eigentlich alle Deals okay. Ich finde auch den Deal mit Paderborn okay, weil wir dann eben die 20% des nächsten Verkaufs kriegen. So, die sind an Depuit dran. Wer ist denn das? Okay, der hat noch ein bisschen Potenzial, aber muss auf jeden Fall den nächsten Schritt jetzt machen. Kann er dort gerne probieren. Die ziehen das Angebot für den Guardiola zurück. Aber Real Saragossa ist noch an ihm dran. Ist das eigentlich der Sohn von Pep? mag Psychospielchen und ist Realfan. Also Realfan klingt jetzt nicht so nach Pep. Gut. Dann an dem sind welche dran. Genau, die haben wir auf die Transferliste getan, weil er jetzt nicht mehr so super viel Potenzial hat. Würde auch wieder 2 Millionen einbringen. Also da kommt einiges an Geld zusammen. Athal fordert Ausgleichszahlung für Unterschrift bei Inter Mailand ja sicher nicht. Wie viel hätte er gern? 500.000? Nein. Soll halt bleiben. Also ganz ehrlich, das Angebot von Interweit ist schon finanziell nicht überragend. Da lehne ich das Angebot jetzt sicher ab. Also der kann gerne gehen, aber wir zahlen dem keine Ausgleichszahlung. Mich wundert es aber, dass der überhaupt eine Ausgleichszahlung will. Wieso verdient der bei Inter weniger als bei uns? Auch ein bisschen schockierend. So, jetzt schauen wir kurz die Trainer-Einteilungen an, weil jetzt haben wir mit Herbert Ilshanker einen ausgezeichneten Arbeitsbelastung keine. Ach so, weil wir wahrscheinlich noch kein Dings haben. Kein Training. Boah, der ist ja richtig schlecht. Tauvertrainer der zweiten Mannschaft. Einvernehmliche Auflösung. Ich meine, ich brauche jetzt sowieso nicht unbedingt jemanden für die zweite Mannschaft. Zählt der jetzt als Mitarbeiter auch für die erste? Ne. Er würde aber für die zweite Mannschaft quasi mit, ja da macht es schon Sinn, wenn wir wahrscheinlich win holen oder versuchen zu kriegen. Mitarbeiter für Nizza 2. Ah, haben wir sowieso nicht. Haben wir sowieso zu viele, so wie es aussieht. Dann lassen wir es mal. Ich überlege gerade, ob wir vorher vielleicht noch ein Testspiel machen sollen, aber ich glaube, dass es nicht notwendig ist. So, jetzt würde ich aber eigentlich schon ganz gerne wissen, wie es mit Pedrinho aussieht. Also vom Scouting her sieht man schon, dass der wirklich interessant ist, aber er ist halt Linksfuß. Den kann ich halt nur ins Zentrum tun. Und dann habe ich das Problem, dass ich Perez wieder irgendwo hinpacken muss. Und der ist halt auch ein nach innen ziehender Spieler, aber der ist eigentlich richtig stark. Aber ich glaube, dass ich das Angebot zurückziehen werde. Auch wenn er mir so gut gefallen würde und ich glaube, dass der einiges an Marktwert zulegen würde. Aber, wie gesagt, er passt nicht ganz in die Taktik, weil wir dann einen Rechtsfuß brauchen, der das Spiel dann eher ein bisschen breiter machen wird. So. Gut, erwarte der Einsatzzeiten, das passt. Mannschaftssitzung in der Vorbereitung. Begrüßen wir sie. Ziel ist obere Tabellenhälfte. Perfekt. Entscheidende Phase im Pokal. Perfekt. Keine Versprechen. Passt. Perfekt. Schnell durchgeklickt und alles ganz gut hingekriegt. Nantes macht ein Angebot für Christopher Mbemba. Der hat kein großes Potenzial mehr. Können wir gerne annehmen. Ajaxo hat ein Gakutu verpflichtet. Das finde ich cool, dass der genau zum Ajaxo geht. Den können wir jetzt von der Auswahlliste entfernen. Automatische Auswahl inklusive junger Talente. Wieso sind die jetzt nicht im Trainingslager? Was ist denn das für eine automatische Auswahl? Wollen wir mich verarschen? Ach so, nicht im... Okay. Gut. Ich nehme alles zurück. Aber wieso ist Loic Vital nicht im Trainingslager? Das verstehe ich jetzt nicht. Perna Mensa hat für die Nationalmannschaft getroffen. Wer bist du? Ah, Probespieler. Da sage ich nichts dazu. Schön, dass ein Probespieler trifft, aber das ist mir einfach komplett egal. So, der hat das Angebot von Rayo abgelehnt. Weiß echt nicht, wie ich solche Spieler loswerden soll. Saisonziele, die passen. Halbfinale im Pokal erreichen, mindestens ernsthaft. Okay. Das heißt, er hat dem Transfer für 24 Millionen zu Norwich zugestimmt. Entscheidung über die Arbeitserlaubnis fällt am 7. Juli, also in vier Tagen. Sehr, sehr schön. So, wer ist das? Ah, junges Talent, wird Superstar dort. Das heißt, im FC Martig kann er dann spielen. Fratsch wird verliehen. Also, da sparen wir uns einiges an Geld. Können wir die jungen Talente verleihen, das passt ihr gut. So. Apatio eigentlich brauchen wir nicht. Florodimos, sensationeller Keeper natürlich. Was wollte ich noch schauen? Genau, bei den Scouting-Prioritäten wollte ich mir die... Zum einen wollte ich Petrinho abbrechen, brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr unbedingt. Und die anderen wollte ich mir anschauen. Also, der ist unfassbar schnell, aber der ist ungefähr auf einem Niveau wie die anderen, die wir haben. Deswegen finde ich jetzt nicht, dass der wirklich notwendig ist. Können wir den Auftrag jetzt auch abbrechen. Dann haben wir Kaminski, ähnliche Geschichte. Da kannst du den Bamba auch spielen lassen rechts, ist halt jünger, aber nicht überragend. Haut mich auch nicht vom Hocker. Markus Koko. Ich glaube, der Einzige, der wirklich eine Verbesserung wäre, wäre Steven Bergwein. Und der ist sogar auf der Transferliste, so wie es aussieht. Er könnte links inverse spielen oder rechts einfach als Flügelspieler. Ich würde sagen, wir werden schauen, dass wir jetzt mal Bergwein... Kaminski werde ich auch scouten, weil der halt noch jung ist. Kann man ja mal schauen. Wie schaut es mit dem Verlinden aus? Super Flankenwert vor allem. Den kann man sich auch noch anschauen. Sergio Gorma ist natürlich super spannend, immer. Schade, dass der körperlich so nicht vorhanden ist. Also höchste Priorität Steven Bergwein. Weil der wäre schon sehr reizvoll. Dann wären wir, glaube ich, schon ganz gut besetzt. Und der wäre nicht mal teuer. Den kriegen wir einfach nicht weg. Bis 2,26 hat der Vertrag. 1,1 Millionen. Also kein Wunder, dass Nizza so schlecht dastand, wenn man solche Deals anbietet. Olympique Marseille macht Angeverbot für Brian Berger natürlich nicht. Einer unserer Top-Talente. Briesberger. Den werden wir jetzt mal von der Auswahlliste streichen. Ich werde den Briesberger vielleicht auch bei der offensiven Mentoring-Gruppe dazutun zu Ante Rebic. Wenn das schon geht. Ich glaube, das geht nur mit der zweiten Mannschaft, kann das sein. Ich glaube fast. Wer ist denn dieser A7-Silic? Nicht wirklich gut. Sarah. Ah, der ist zum Probetraining. Kann theoretisch den Trauer Re dazutun. Aber der hat schon so super Zielstrebigkeit an und für sich, dass er von Rebic nicht viel lernen kann, glaube ich. Ich bin schon so gespannt. Ich freue mich schon so auf den Saisonstart, Leute. Also jetzt freue ich mich zuerst mal auf die Saisonvorbereitung, dass wir an der Taktik schrauben können, aber dann auf jeden Fall auch. So. Der sollte Weitschüsse trainieren, der Niljog. hat Weitschüsse 8. Das wäre ein Trainingsvorschlag. Egal. So. Schlager wird mir empfohlen. Dem läuft der Vertrag aus im Winter. Eigentlich ganz spannender Spieler, wenn wir da nicht schon so überbesetzt wären. Ich meine, grundsätzlich brauchen wir noch einen alter Schweder, den müssen wir uns holen. Schaut euch dieses Top-Talent an. Lukas Mach, Talent vor Durchbruch, Intensivsprachkurs, gerne. Vollzeit, drei Jahre. Der kriegt den Deal genauso. Aber das ist ein richtig guter. Schaut euch das Top-Talent an. Mehr braucht es gar nicht sehen. 17 Jahre jung. So, die sind an dem hier dran, den haben wir auch schon mal. Uh, ja. Eigentlich ein ganz guter. Stimmt fürs Zentrum. Da ist eben die Frage, wenn OK geht, ob wir da nicht vielleicht noch tätig werden sollten. Starkes Interesse von Arsenal. Schauen wir mal. Also vielleicht haben wir da auch noch einen Geldregen. Dann würde sich Draxler schon ausgehen. Wenn wir gehen. So, PSG hat Radecki verpflichtet. Brutal. Nicht schlecht. Lianco möglicherweise vor Wechsel. Boa, Wichter Porto hat wegen einer Laie bei Alexandre angefragt. Stammspieler in Portugals 1. Liga wäre halt eigentlich schon ziemlich geil. Muss man sagen. Der wäre bei uns ja nur zweite Wahl, dritte Wahl eigentlich auf der 10. Boah. Ich glaube, ich nehme das an. Weil wir haben ja immerhin noch, wenn er geht, haben wir noch den Vidal, der am Flügel und im Mittelfeld spielen, also in der Mitte spielen kann. Dass wir vielleicht nur dieses Top-Talent behalten für diese Saison. weil sonst hat er nicht genug Spielzeit und bei Boa Vista Stammspieler wäre er natürlich sensationell. Ist er auf der Auswahl? Ist er? Mal, glaube ich, streichen. so, die Golder bestätigt Wechsel zu Real Saragossa. Perfekt. Das heißt, wir kriegen den von der Gehaltsliste. Curtis Jones, da spricht alles dagegen. ein junger Däne, Ali Shah, nicht schlecht, muss man sagen, aber der wäre teuer. So, Angebot für Atal. Ja, nach 50 Spielen kriegen es nochmal 1,9 pro Liga Einsatz, 195.000, das heißt, das bringt nochmal 2 Millionen ein. Das heißt, insgesamt haben wir 18. Ja, ich nehme es auch mal an, aber da werden wir das gleiche Problem haben, nämlich die Abfindung. Lutonbe erhält Arbeitserlaubnis, das heißt, der Wechsel ist bestätigt, das Management, also unser Vorstand hat automatisch zugestimmt, da konnten wir sowieso nichts unternehmen, das heißt, wir brauchen jetzt einen Rechtsverteidiger und wir haben jetzt auf jeden Fall auch richtig viel Geld. Schauen wir mal kurz, wie wir das so finden. Verteidiger Rechts, Transfers, da hat es gelistet, natürlich wieder mal als erstes. Da haben wir einen Franzosen von Southampton, Valéry, der wird ja bei uns wahrscheinlich Stammspieler spielen wollen, oder? Gelegentlich Chancen in der ersten Mannschaft haben, das finde ich jetzt gar nicht uninteressant, also Franzose wären wir sowieso am liebsten, scheint ein guter Dribbler zu sein, gute Flanken zu haben, körperlich ist er gut, also eigentlich würde ich den schon anfragen. Als Backup ist es genau das, was ich suche, um ehrlich zu sein und er hat, wenn man so schaut, bei Southampton einige Partien gespielt, das heißt, er hat auch Premier League Erfahrung, das passt eigentlich perfekt. Cool. So, sind wir von der Zeit her schon am Ende, aber ich schaue jetzt nochmal kurz bei Steven Bergwain rein, weil das ist schon einer, den ich echt gern haben möchte. Ich werde jetzt mal anfragen und dann schauen wir, ob was draus wird. Was hätten sie gerne? Sekar. Boah. Alter Schwede ist der gut, der ist 34 Jahre alt, aber Wahnsinn, was das für Werte sind und sowas war Konkurrenz von uns in Kopenhagen, äh, in Dänemark. unfassbar. Gut, jetzt wird gespeichert, jetzt mache ich den Cut, wir werden schauen, wo wir uns noch verstärken, Rechtsverteidiger ist so eine Sache, Rechtsaußen hätte ich ganz gerne noch eine Alternative und, ähm, ja, vielleicht tut sich im Zentrum noch was, wenn ein Angebot für OK kommt, an und für sich ist die Mannschaft jetzt glaube ich aber ganz gut aufgestellt, also bin schon gespannt, was ihr so meint. Jetzt müssen wir dann vor allem in den Vorbereitungsspielen schauen, wie die Taktik funktioniert, das wird natürlich ganz wichtig. Aber ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Einschalten für den Moment, ich hoffe wir sehen uns im nächsten Part wieder, danke geht auch an alle Supporter raus mit der Kanalmitgliedschaft, weiß ich sehr, sehr zu schätzen, coole Sache und ja, bis zum nächsten Mal, danke, ciao.